Michael, sei doch vernünftig! Nein! Ich will hierbleiben! Ich will hierbleiben! Nein! Lass mich hier! Ich will hierbleiben! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Da kifft man seit 10 Jahren und merkt erst dann, dass Gras rückwärts Sarg heißt. Manchmal setze ich mich auf meine Hand, bis sie taub ist und stelle mir vor, jemand anderes würde das Badezimmer putzen. Wenn die Tomate wirklich eine Frucht ist, ist Ketchup dann Marmelade? Wusstet ihr schon, dass ein Kotflügel kein vollgeschissenes Klavier ist? Arzt, ich möchte sie nicht beunruhigen. Aber die Rechnung ist in 10, nicht in 30 Tagen zu begleichen. Zukunft ist, wenn die Mutter 14, die Oma 29 und die Uroma 45 ist. Meine Oma ist Uroma. Mittlerweile schon und die ist 90. Wie diszipliniert Menschen sein müssen, die sich Chips in so kleinen Schälchen füllen? Ich bin ja schon froh, wenn meine Haare nicht fettig sind, wenn ich den Kopf wieder aus der Tüte ziehe. Weshalb ich keine Valentinskarten bekam. Ich bin hässlich und fett. Niemand liebt mich. Oder zutreffend, der Postbote ist unter der Last zusammengebrochen. Auf der Straße versucht ein Kind sehr lautstark, unter heftigen Tränen und Wortgewand seine Mutter davon zu überzeugen, dass der Kindergarten, in den es offenbar gerade gebracht werden soll, ein Ort der Hölle sei. Ich halte kurz inne, seufze und gehe zur Arbeit. Ich habe gerade ernsthaft überlegt, eine Serie kostenpflichtig zu streamen, obwohl die auch als DVD in meinem Schrank steht. Weil da müsste ich ja nicht aufstehen. Das wird irgendwann noch ein sehr unschönes Ende mit mir nehmen. Ich habe auch schon mal dieses Schönsaufen probiert. Ich sehe hinterher genauso scheiße aus wie vorher. Sonst fahren wir ohne dich los. Jede Mutter fährt trotzdem nicht ohne dich los. Ausnahme meine Mutter. Suche im Internet nach Haarspülung zum einfach selber machen. Internet? Sie brauchen dazu ganz einfache Lebensmittel, die jeder zu Hause hat. Zwei Esslöffel Olivenöl, eine Avocado, 500 Gramm Natriumhydrogencarbonat, flüssigen Stickstoff, zwei geriebene Scheren eines blauen Hummers und den weißen Bastelkleber von Artetech. Ratet mal, woran es gescheitert ist. Bitch, wie geht das? Keine Ahnung. Der wird fest und dann durchsichtig. Niemand hat den. Nein, wirklich. Aber der hat alles damit gemacht. Ja, alles. Okay Google, zeige mir hässliche Bilder. Das Smartphone öffnet Frontkamera. Ab und zu musst du selbst kochen und dir vor deiner Partnerin einen runterholen. Einfach nur um ihr zu verdeutlichen, wie leicht sie zu ersetzen ist. Like und abonniere YouTuber. 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 Like und abonniere YouTuber.